Von Strazano zur Wallfahrtskirche Montes Peneto. Untertitelung des ZDF, 2020 Kreuzweg zur Wallfahrtskirche Wallfahrtskirche Montes Peneto Kreuzweg zur Wallfahrtskirche Montes Peneto Rechts spätere Weiterfahrt, gerade zur Wallfahrtskirche. Easy Trail zwischen den beiden Wallfahrtskirchen. Die Wallfahrtskirchen werden mit der 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 Wallfahrtskirchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Links geht's weiter. In Albarasca Richtung Burg von Vargo spitz links hinunter. Bei der Gabelung schmalen Streifen gerade weiter fahren. Vielen Dank. Links abbiegen. Links abbiegen. Die Burg von Vargo. Und ... Tschöner Vielen Dank. 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 Abfahrt nach Statsano.